hallo dieses mal geht es um leinwände leinwände sind eigentlich bekannt dafür dass man dazu keinen zweiten rahmen braucht oder ein bilderrahmen sondern leinwände werden meistens wie man hier auch sehr schön sieht auf keilrahmen geliefert hier haben wir einen zwei zentimeter dicken keilrahmen dasselbe gibt es noch mit vier zentimeter dann doppelt so dick die leinwand hat den tollen vorteil und zwar sie können jede art von bild drauf drucken und das bild lappt zur seite über das können sie aber auch selber entscheiden sie können auch einen schwarzen rand nehmen die meisten lassen es übereinander lappen somit wirkt das bild deutlich dreidimensionaler hier noch ein kleiner vorteil gegenüber leinwände leinwände sind sehr preisgünstige alternativen im vergleich zu alidi bunt oder acryl und die auflösung der leinwand ist geringer als die auflösung eines professionellen ordentlichen fotos das heißt auch handy bilder oder sonstige bilder die nicht die auflösung erfüllen die ein poster erfüllt zum beispiel oder erfüllen muss ja können sie eine leinwand von drucken das ist der große vorteil